Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video lernst du, wie du frei redest, ohne Notizen, ohne nachzudenken, ohne Pausen. Viel Spaß damit! Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video geht es darum, dass du lernst, wie du frei redest, ohne Pausen zu machen, ohne nachdenken zu müssen, was du jetzt wann und wie sagst, wenn du YouTuber bist zum Beispiel, ohne schneiden zu müssen, denn frei reden zu können, hat auf mehreren Ebenen Vorteile. Das eine natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel selber Videos erstellst, denn er sparst du dir enorm viel Zeit in der Post-Production, aber nicht nur das, genauso ist es natürlich im Privatleben, wenn man Leute kennenlernt, egal ob im freundschaftlichen Kontext oder im partnerschaftlichen Kontext und natürlich nicht zuletzt auch beruflich, hat es einen enormen Mehrwert, wenn man frei redet, ohne groß nachzudenken. Und wie immer ist mein Ansatz natürlich, dass ich das, worüber ich rede, selbst leben möchte und vorleben möchte, genau wie bei der körperlichen Entwicklung, weil sonst wären meine Worte lediglich Schall und Rauch und blanke, erlesene Theorie ohne Hand und Fuß. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass man immer als Trainer das vorleben sollte, wovor man redet und darum ist dieses Video hier natürlich auch, wie all meine anderen Videos, frei und ohne Script und ohne sonst was in die Kamera gesprochen. Ich möchte dir hier einige Punkte nennen und das ist das Problem dabei. Du wirst es im Titel, wirst du vielleicht eine Zahl sehen. Jetzt in dem Video kann ich dir noch nicht sagen, wie viele Punkte ich dir nennen werde, weil ich schauen werde, was jetzt gleich passiert. Was ich dir aber versprechen kann, ist, dass die Inhalte, die kommen werden, durchaus interessant sein werden und dir definitiv dabei helfen werden, wie du es schaffst, freier und entspannter und vor allem eloquenter zu reden und das auf freier Basis, also frei zu reden. Punkt Nummer eins, den ich nennen möchte, ist, es ist enorm wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Und keine Angst, hier geht es jetzt nicht enorm tief um Spiritualität. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Worauf ich aber hinaus will, ist, es gibt manche Bereiche im Leben, wo unser Mechanismus, den wir gelernt haben, dass Dinge besonders gut funktionieren, desto mehr wir uns anstrengen und desto mehr wir nachdenken, dass dieser Mechanismus nicht in allen Bereichen im Leben greift. Ich möchte dir hier ein paar Beispiele nennen. Beispiel Nummer eins ist zum Beispiel, was die meisten von uns wahrscheinlich kennen werden. Wenn du liegst abends im Bett, guckst auf die Uhr, denkst dir, ach, ich habe um sechs Uhr den nächsten Termin, ich muss unbedingt schlafen, ich brauche Schlaf und du liegst im Bett und bist wach, kannst nicht mehr einschlafen, sorry, liegst da und kommst einfach nicht zur Ruhe. Und je mehr du jetzt versuchst einzuschlafen, umso mehr stellst du fest, dass du lediglich nur noch wacher wirst. Und eventuell kommst du irgendwann zu einem Punkt, da sagst du, komm, jetzt sind es nur noch drei Stunden, jetzt auch egal, ich versuche es jetzt gar nicht mehr, ich mache einen Haken dran und zack, schläfst du ein. Da zum Beispiel funktioniert dieser Mechanismus nicht, dass Dinge unbedingt besser klappen, je mehr wir nachdenken oder je mehr wir uns anstrengen. Genauso ist es zum Beispiel beim Meditieren. Je mehr du versuchst, erfolgreich zu meditieren, umso weniger wird es funktionieren. Genauso ist es, wenn du freisprichst. Je mehr du in deinem Kopf bist, umso weniger wirst du frei reden können. Die Worte zum Beispiel, die jetzt kommen, kommen einfach so, denn es gibt ja wie gesagt kein Script oder sonst was. Das heißt, in der Regel findet man die richtigen Worte, wenn man einfach darauf vertraut und im Hier und Jetzt ist und nicht in seinem Kopf ist und darüber nachdenkt, was man als nächstes Kluges sagen könnte zum Beispiel, um besser anzukommen, weil das ist nämlich Punkt zwei, um da mal direkt eine Überleitung zu machen. Denn das ist das, was ganz viele machen. Oftmals, der eine oder andere wird das wissen, ich war früher als Flirtcoach unterwegs, gerade da im partnerschaftlichen Kontext, bei den sozialen Dynamiken haben wir das ganz oft. Das heißt, übrigens sowohl bei Männern als auch bei Frauen, das nur mal nebenbei. Aber oftmals ist es so gewesen im Flirtcoaching-Bereich, dass der Mann oder die Frau ihr Gegenüber auf einem Podest gehoben haben. Sie haben gedacht, boah, der ist aber extrem oder die ist extrem schön oder sonst was. Und als Folge dessen, dass sie ihr Gegenüber auf einem Podest gehoben haben, haben sie dementsprechend, ja, waren sie nervös oder haben umso länger oder noch schärfer darüber nachgedacht, was sie sagen können, was gut genug ist, um dem Gegenüber zu gefallen. Und das ist Punkt Nummer zwei. Das heißt, alles, was du sagst, ist gut genug, alleine aus dem Grund, weil es von dir kommt. Und nein, keine Angst, das ist jetzt kein Tutorial, wie du möglichst arrogant wirst. Das ist einfach, selbst wenn es nicht objektiv wahr ist, Glaubenssätze müssen nicht objektiv wahr sein, damit sie wirken. Aber es hat sich erwiesen, dass es sehr nützlich ist, dass wenn du davon ausgehst. Denn in dem Moment, wenn du nicht davon ausgehst, dass alles, was du sagst, alleine schon wert genug hat und interessant genug ist, lediglich, weil du es sagst, dann verfällst du oft in die Falle, dass du darüber nachdenkst, ah, ist das gut genug, kann ich genau das sagen, etc. Um dir da ein konkretes Beispiel zu nennen, ich hatte das früher oftmals bei dem einen oder anderen Klienten, die haben eine Frau angesprochen und wollten sie unbedingt beeindrucken. und die Frau hat dann irgendwann beiläufig was erzählt, dass sie Italien mag und auf einmal ging bei den Klienten im Kopf der Film an. Ah, okay, Italien, Italien, ich war auch mal in Italien. Ah, ich kann eine coole Geschichte erzählen zu Italien, das würde ihr bestimmt gefallen. Ja, dann erzähle ich das am besten so und so und haben die ganze Zeit darüber nachgedacht und während sie hier in ihrem Kopf darüber nachdenken, in ihrem virtuellen Konstrukt innerhalb ihres Gehirns, waren sie natürlich nicht mehr in der Lage, aktiv der Frau zuzuhören. Die Folge davon ist oftmals, dass sie dann irgendwann nur noch darauf gewartet haben, jetzt kann ich mal eine tolle Story über Italien erzählen, das wird ihr bestimmt gefallen, aber in dem Moment, wo sie die Geschichte erzählt haben, war sie einfach nicht mehr passend, weil das Gespräch schon an einem ganz anderen Punkt war oder es einfach falsch kalibriert war an der Stelle, diese Sache dann einzuwerfen. Das heißt, denk nicht darüber nach, ob das, was du sagst, gut genug ist oder interessant genug ist für dein Gegenüber. Glaube daran, dass das, was du sagst, interessant ist, einfach nur aus dem Grunde, weil es von dir kommt. Und da möchte ich direkt zu Punkt Nummer 3 kommen. Ich habe hier übrigens, nicht, dass es euch wundert, wenn ich mal runter gucke, ich nutze hier eine App für die Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, ob es scharf stellt. Und um zu gucken, ob der Fokus passt etc. schaue ich hier manchmal nach unten. Das ist Punkt Nummer 3. Lower your standards. So, für diejenigen, die, ich bekomme manchmal Kritiken, weil ich manchmal englische Zitate nenne, senke deine Standards. Das ist aufbauend auf dem Satz von eben. Das heißt, versuch gar nicht erst, den perfektionistischen Ansatz zu haben und darüber nachzudenken, was von dem, was du sagen möchtest, möglichst lustig, möglichst interessant, möglichst klug oder sonst wie sein könnte. Denn dann fällst du in die Falle von eben und von Punkt 1. Du bist nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern du bist in deinem Kopf unterwegs, wo du auf einmal darüber nachdenkst, ah, ist das gut genug, wenn ich das erzähle, kann ich das erzählen, ah, nee, das ist nicht perfektionistisch genug und so weiter. Gerade für diejenigen, zum Beispiel von euch, die Videos erstellen, vielleicht bei YouTube oder ähnliches, ist das ein enormer Punkt. Senkt eure Standards und ladet nicht erst ein Video hoch, wenn es perfekt ist oder zu 1000% euren Vorstellungen entspricht. Denn dann wird das Ergebnis sein, dass ihr vielleicht ein Video im Jahr oder fünf Videos im Jahr veröffentlicht, weil sie dann euren Ansprüchen gerecht werden. Aber das Ergebnis davon ist, dass ihr nicht genug Training bekommt. Denn oftmals lernt man über das Tun und dafür ist es elementar notwendig, seine eigenen Standards zu senken und zu handeln und an sich zu glauben. Und genau das ist auch der nächste Punkt, der vierte Punkt. Und zwar, nichts, es ist überhaupt nicht entscheidend, was du sagst. Viel entscheidender ist es, wie du es sagst. Das heißt, während sich die meisten Leute den Kopf darüber zerbrechen, ob sie inhaltlich jetzt das sagen oder das und ob das klug ist oder lustig oder gut genug oder interessant und so weiter, das ist viel weniger entscheidend, der Inhalt ist viel weniger entscheidend als das Wie. Ihr werdet das vielleicht kennen. Leute bemessen den Wert von Aussagen Dritter oftmals an dem Wert, den sie der Person zuschreiben und nicht den Inhalten. Auch hier möchte ich ein komplett praktisches Beispiel nennen. Denk einmal zurück an deine Schulzeit. In den meisten Klassen gab es Leute, die gelten als, der ist besonders cool oder das war das typische Opfer zum Beispiel. Und ganz oft war es so, vielleicht wirst du auch die eine oder andere Situation kennen, vielleicht sogar aus deinem Freundeskreis, dass wenn derjenige, der im Freundeskreis dahingehend dazu zählt, dass er enorm viel Wert hat als Mensch, gerade dann ist es oftmals so, dass egal, was der sagt, wenn der einen Witz erzählt, der Witz muss noch niemals lustig sein, trotzdem lachen alle. Weil es gar nicht so wichtig ist, wie der Witz geht, den er jetzt erzählt und ob der lustig ist, sondern viel entscheidender ist, wie er ihn erzählt und derjenige, der diesen Wert in den Augen der anderen hat, ist sich diesen Wertes wahrscheinlich bewusst. Selbst bewusst sein. Und das heißt, das reicht oftmals vollkommen aus, wenn du an den Wert deiner Aussagen glaubst, anstatt dir Gedanken darüber zu machen, was du sagen sollst. Denn das ist wieder der Punkt von eben, da kommen wir oftmals ins Straucheln, da kommen wir oftmals durcheinander. Viel elementarer ist das Wie über dem Was. So, und jetzt versuche ich mal alle vier Punkte nochmal ungefähr auf die Kette zu kriegen. Punkt Nummer eins war, sei im Hier und Jetzt. Punkt Nummer zwei war, alles was du sagst, diesen Glaubenssatz solltest du etablieren, ist interessant und aufregend und hat Wert alleine deshalb, weil es von dir kommt. Punkt Nummer drei, lower your standards. Hab nicht den Anspruch, perfektionistisch zu sein, denn dann wirst du nie ins Handeln kommen und du wirst nie Übung bekommen. Alles was du sagst, hat Wert alleine, weil es von dir kommt. Wenn du das etablierst, wirst du automatisch ein Selbstbewusstsein mit sich bringen, wo du auf einmal hören wirst, dass die Leute dir einfach gerne zuhören und spannend finden, was du sagst, unabhängig davon, was du letztendlich sagst. Und genau das wäre denn der vierte Punkt. Mach dir bewusst, dass es wesentlich weniger entscheidend ist, was du sagst. Viel entscheidender ist es, wie du es sagst. So, und zu dem vierten Punkt möchte ich jetzt noch eine kleine Ergänzung machen. Wenn du jetzt YouTube-Videos machst, als Beispiel, oder einen Vortrag hältst in deinem Unternehmen über ein Fachthema, dann solltest du natürlich wissen, wovon du redest, überhaupt keine Frage. Bei allen anderen Sachen zum Beispiel, im Privatleben, gerade im Freundeskreis, auch oftmals im partnerschaftlichen Kontext, beim Kennenlernen, ist es wesentlich erheblicher, wie du etwas sagst, als was du inhaltlich genau sagst und ob das jetzt wirklich mega klug ist, was du sagst, oder nicht so klug ist. Intellekt hat beim Kennenlernen, gerade im partnerschaftlichen Bereich, oftmals eine wesentlich untergeordnetere Rolle, als man zu denken glaubt. So, ihr Lieben, das waren meine vier Punkte dahingehend, um frei zu reden, ohne nachzudenken. Wenn dir dieses Video geholfen hat oder gefallen hat, lass es mich gerne wissen, schreib es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, freue mich über jedes Kommentar, lass auch gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Adios!